In diesem Roman geht es um das, was Literatur zusammenhält. Buchstaben, die Stück für Stück ganze Universen erschaffen. Nichts Weißes von Ulf Erdmann-Ziegler Das Merkwürdige ist ja, dass man als Leser sich von der Gestalt des Buchstabens fast völlig lösen muss, um überhaupt den Sinn eines Textes zu erfassen. Andererseits muss das Kind ja die Gestalt des Buchstabens erkennen, um überhaupt lesen zu können. Und dazwischen ist ja irgendwie eine Leerstelle, die hat mich sehr interessiert. Es ist die Geschichte der Typografin Marleen. Eine junge Frau, besessen von dem Wunsch, die perfekte Schrift zu entwickeln. Wenn es gelänge, würde die Futura im Vergleich aussehen wie Lego, die Helvetica wie Angst, die Garamont wie geschnitzt. Eine Schrift ohne Stil soll es sein, eine Schrift, die man gar nicht bemerkt. Gleichzeitig entwirft Ziegler das Panorama der Bundesrepublik in den 70er, 80er Jahren. Eine Gesellschaft zwischen Glaube und Fortschritt. Der Katholizismus ist das, wo man aussprechen kann. Und die weltliche Dimension ist das, was sich als Fluchtpunkt anbietet. Aber dabei entstehen natürlich ziemlich extreme mentale Risse. In Zieglers Roman ahnt man schon das Ende des Gutenberg-Kosmos. Die Bleilettern werden bald umziehen in eine digitale Welt. Und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Eine besondere, wohl neue, Spielart realistischen Erzählens zeichnet diesen Roman aus. Gerafft, direkt, unpathetisch, minimalistisch bis in die Wortzusammensetzungen hinein. Der Text zwingt einen sogar dazu, langsam zu lesen. Der Text zwingt einen sogar dazu, langsam zu lesen.